ich war nicht besessen total unfair das ist jetzt einfach mache ich glaube die einfach den stern mal lieber maria auch trotzdem hat man auf glück hier wird jetzt natürlich platz zwei werden aber egal wir müssen ja die computer davon halten weil es sehr armselig wenn mit einem computer gewinnt wir dürfen uns nicht ganz ärgern noch ein bisschen schon aber nicht ganz ja 1 1 hätte es werden können du mich ja auch mal werfen marius big band ach schade ich finde ja da bist du jetzt kommt was ich was wir vorher hatten wo es dann ein bisschen umgeschmackt hat genau da kann sie auf hässliche köpfe man damit die scheiße nicht ansammeln darf ich das geld ansammeln und auf den hammer aufpassen ja ich war easy ich will mal jetzt so gemacht ich habe jetzt den doggy gog eingestampft immer war war fach hat da bist du fast runtergefallen aber du kriegst ja immer noch alles was du gewonnen hast das ist eigentlich nur ein windspiel ist es auch ich habe aber nichts bekommen das nicht was man gekriegt genau zwei er hätte eine 12 müssen nein der darf durch eine münze erzelt aus er darf keine münzen gleich bekommen ja das stimmt er kann mit 50 münzen das ding holen jetzt kommt er vor dir das katastrophal gestärkt das lohnt sich ja ich glaube ich ich glaube auch keiner oder ich habe schon ein feld weitergehen ist auch die münzen für den tipp geben quasi von donkey kong ich kann nichts drücken wenn ich mein controller mal zauber machen will gerade ich habe schon extra und zähle liegen damit vom schiffsten essen sich die ganze zeit so fettige finger ist nein geht nix ich glaube da haben wir mal lang ich weiß gar nicht mehr was da passiert ist kommst du jetzt nicht bausers todesglücksrad oder so ich glaube ja du musst klicken das hier mal das denn auch in die stadt ist absolut nutzlos kürzerer weg kommst du ja auch münzen für kommst du ja auch einen stern oder so ein quatsch alles ja du kannst einen stern kriegen du kannst münzen kriegen er kann einen anderen klauen unsere krabbelbeutel irgendwie war irgendwas mit a drücken gegen die münzen klauen nein stehlen freischütteln alles klar ich wüsste jetzt schon wenig krabbeln würde aber ich glaube du gehst auf mich drauf würde ich doch mal ich habe so einen affen vor mir wagen ist gut weiter war aber nein ich wollte ich doch nicht was mich wichser nein nicht mich er war schuld du hast mich auch eben geklaut nimm den ja nimm den nimm den nein so ich raume jetzt aber aus dem drecksack ich raume was ich gerade aus ich raume was bei den affen aus nein nicht mich nicht mich krabbeln nimm na du tust zentos aufs krabbeln dann tue ich dich erst mal aus was er hat aber nichts mehr von mir bekommen ja du musst immer, du musst immer noch wiederholt drücken ich glaube ich habe gar nichts bekommen eben Wir haben das justice wieder different wurden Oh, armer Yoshi, Alter, die haben wir ausgenommen, wie ne Weihnachtsgans. Ja, Donkey Kong hat zu mir wieder geklaut, was ich Yoshi geklaut habe. Okay, er hat keine Münzen. Er kann nur Münzen klauen, das macht er, glaube ich, von dir. Ich glaube, das machen die automatisch von Platz 1 immer. Yoshi? Ach, der hat die meisten Münzen. Okay, dann machen die das so. Und wer die meisten Münzen hat? Oh, die geilen Kartoffelsticks, ne, die sind so die geilsten. Hm, das stimmt. Und du bist behindert. Nee. Doch. Oh. Ja. Mach mal kostenlos. Hm, hm. So. Hopp. Dicke. Aber ich glaube, der nächste ist der Lande zu verhauen, bei Bowser. Hat er noch ein München-Spiel. Ja. Wie für Türme. Oh mein Gott. Kann schon nicht gut werden. Ja, Türme runterkicken. Oder schlagen, irgendwas, ne? Die ist scheiße. Okay. Ja, die lenken doch irgendwie in eine Richtung oder so. Ja, ja. In die Richtung, in die du stehst. Da lenken die ein. Aber nicht zu kürig werden, ne? Du musst auch springen. Ah! Idiot. Miss. Miss. Welche Miss? Hey, Miss ist doch eine Frau. Welche Miss meint der denn? Miss Peach? Minus fünf. LOL. 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 Na, best müssen wir dann noch die Münzen geklaut werden. Nee, danke. Ja, doch. Oh. Ich fühle mich jetzt ärgern, wenn ich jetzt in Münzen noch abgezogen bekomme. Ich weiß. Also da kann ich den Kriegs. Okay. Drei. Super. Krabbel, wie viele Runden haben wir eigentlich? Wie ist das ausschneiden? Kann man gucken, wenn man einen Start drückt. Oh. Hätte ich so einen Schleng zum Counter eingebautet. Ah, man könnte eigentlich rechts so einen Counter einbauen. Schatztaucher. Gut, bewegen und schwimmen. Ja, und vor den Haien aufpassen. Ja, gut. Und fischen. Ah, nein. Geht sterben. Da wird sich irgendwas noch verlieren, Centos? Nee. Hallo. Ich habe erstmal die großen Kisten geschnippt. Ja, habe ich die erste auch, aber danach da kommt scheiß drauf. Echt denn? Geil. Und dann habe ich mir die geschnippt, die runtergefallen sind, weil die 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 verloren haben. Ja, ich bin die dritte. Und dann habe ich das noch mal. Ja, ich bin der dritte.